Willkommen zu einem Hardwellux Quickie. Es geht heute um das Thema Gehäusebelüftung. In diesem kurzen Video zeigen wir euch, wie ihr die Lüfter am besten einbaut, um niedrige Temperaturen zu haben. Viel Spaß beim Zuschauen. Beim Thema Gehäusebelüftung solltet man zuerst mal gucken, welche Komponenten überhaupt die Hitze generieren. Das ist die Grafikkarte und der Prozessor. Bei der Grafikkarte ist es meistens so, dass man hier unten den Kühlkörper hat und da kommen die Lüfter sozusagen hier unten bei der Grafikkarte. Nur dazu, die warme Luft hier irgendwo im Gehäuse rumzublasen. Das heißt, sie bleibt im Gehäuse drin. Das gleiche hat man beim CPU-Kühler. Wenn das ein Luftkühler ist, der saugt die Luft von irgendeiner Seite an und bläst sie auf der anderen Seite raus. Die muss natürlich auch irgendwie aus dem Gehäuse raus und das kann der Luftkühler auch nicht. All-in-One-Wasserkühlung sind da schon einen Schritt besser. Hier oben habe ich eine eingebaut. Die nehmen die Hitze auf auf der CPU und leiten sie in den Radiator und da hat man schon mal die erste Möglichkeit, Luft gleich aus dem Gehäuse raus zu transportieren. Das heißt, die Lüfter hier, die auf dem Radiator sitzen, die können natürlich die Luft gleich nach draußen bringen. Wie designt man jetzt seine Gehäusebelüftung am besten? Naja, also wenn man sich mal das überlegt, dann hat man natürlich hier irgendwo einen Kamineffekt von der Luft. Das heißt, die warme Luft wird nach oben sich ins Gehäuse, in den Deckel bewegen und da muss sie erst mal weg. Das heißt, es empfiehlt sich meistens oben irgendwo Luft da anzubringen, die die Luft von unten ansaugen und dann oben aus dem Gehäuse herausblasen. Je nach eurer Gehäusegröße könnt ihr da zwei, drei oder vier Lüfter einbauen und dann seid ihr schon mal auf der sicheren Seite und es gibt keinen Wärmestau im Deckel. Dann muss natürlich irgendwo auch noch kalte Luft ins Gehäuse reinkommen und das macht ihr je nach Gehäusegröße entweder unten in dem Bereich hier, wo im Endeffekt ja kalte Luft angesaugt wird und dann unterstützt ihr den Kamineffekt. Oder die meisten Gehäuse bieten das von vorne an. Da könnt ihr im Endeffekt die Lüfter dann so einbauen, dass kalte Luft angesaugt wird und nach hinten ins Gehäuse abgegeben wird. Hier hinten würde ich meistens immer einen Lüfter einbauen, der das Ganze auch nach draußen bringt, denn ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr da einen Lüfter einbringt, der die Luft ansaugt, dann ist aufgrund der Nähe dieses ersten Lüfters hier der Luftstrom schon gleich so, dass die kalte Luft wieder aus dem Gehäuse rausgebracht wird. Das bringt eigentlich wenig. Insofern sollte hier hinten auch immer ein Lüfter sitzen, der die Luft nochmal nach draußen bringt. Je nach Gehäusegröße könnt ihr das jetzt optimieren mit zwei, mit vier, mit fünf oder sechs Lüftern. Das hier ist jetzt Overkill. Wir haben hier einen Lüfter, drei oben, vier in der Front und hier unten hätten wir auch nochmal welche. So viel braucht ihr nicht. Und dann kommt es natürlich noch auf die Lüfter drauf an. Wir haben jetzt hier verbaut die Arctic P12 Max. Das sind sozusagen die Preis-Leistungs-Tipps im Moment. So 7, 8 Euro kostet ein Lüfter. Der ist gut regelbar von einer niedrigen Drehzahl, sprich leise, bis zu einer hohen Drehzahl, wo man mal richtig Power braucht. Er hat hier Vibrations-Pads an den Seiten, wo die Schrauben reinkommen. Das ist hilfreich, weil so ein Lüfter dreht sich natürlich und wenn er nicht ordentlich angeschraubt ist, dann überträgt der Vibrationen. Und diese Pads im Endeffekt helfen euch, dass diese Vibrationen nicht auf euer Gehäuse übergehen und dann anfangen, das irgendwie unter Schwingung zu setzen. Dann ganz wichtig noch, Lüfter leiern aus. Das kennt ihr vielleicht, nach ein paar Jahren, da fangen Lüftlüfter an zu kratzen und da muss man sie austauschen. Das ist hier minimiert worden, dieser Effekt, weil man hier im Endeffekt einen Rahmen um die Lüfterblätter hat. Und insofern sollte das etwas mehr halten, weil diese Fliehkräfte in den Griff bekommen werden. Und dann braucht man auch noch einen richtigen Anschluss. Und da empfehlen wir einen 4-Pin-PWM-Anschluss. Das nennt sich so, ist im Endeffekt die Möglichkeit, den Lüfter direkt auf dem Mainboard anzuschließen und dann auch steuern zu können. Das heißt, euer Mainboard entscheidet am Ende, ob das Gehäuse vielleicht etwas mehr belüftet wird, weil es zu warm ist oder nicht. Und insofern, wenn ihr gerade die Grafikkarte nicht verwendet, dann wird euer PC auch schön leise. Dann kann man natürlich noch deutlich mehr Geld für einen Lüfter ausgeben. Ich habe hier mal als Beispiel die Lüfter aus unserem Luxe-Kompensator genommen. Das sind die Unifan SL 140. Die sind natürlich auch ein bisschen größer, aber darauf kommt es gar nicht an. Denn die haben RGB, die haben hier so einen schicken Silberrahmen, sehen optisch natürlich ein bisschen cooler aus. Sie haben so ein Daisy-Chain-Verfahren zum Anschluss, damit man nicht so viel Kabel hat im Gehäuse und so weiter und so fort. Das lassen sich die Hersteller aber fürstlich bezahlen. 30 Euro kostet so ein Lüfter im Dreierpack 100 Euro. Das ist natürlich schon eine Menge. Und wenn ihr euch überlegt, wie viele Lüfter in so ein großes Gehäuse reinpassen, nehmen wir mal an, einer hinten, drei vorne, drei oben, dann liegt man hier bei 7 mal 8 Euro, bei 56 Euro. Hier wären wir schon bei 210. Das heißt, das ist tatsächlich nur etwas für Liebhaber. Ansonsten zahlt man für die Lüfter am Ende mehr als für einige andere Komponenten im ganzen PC-System. So könnt ihr auf jeden Fall euer System schön auf niedrigen Temperaturen halten. Wenn ihr weitere Fragen habt, guckt mal auf www.hardbelux.de. Da haben wir eine Gehäuse-FAKU, wo ihr dazu auch noch einiges findet. Und ihr könnt natürlich auch in die Kommentare reinschreiben und da eure Fragen lassen. Wir werden die dann beantworten. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Danke fürs Zuschauen.